Weil das Ding ist so, ich heiße halt auf fast jedem anderen Server auch so und Kollege von mir heißt auch so, also auch Kollege, der die Familie so mäßig gegründet hat und auf jedem anderen Server geht das fit, aber hier wird die Fraktion dafür aufgelöst, weil das ist ein bisschen seltsam. Also wie gesagt, auf jedem anderen Server geht es halt absolut durch, der Name. Ja, das Problem ist hier nicht, denn ich weiß nicht, so andere Server sind da auch für uns tatsache kein Thema, weil mit unserem RP-Anspruch können wir solche Anspielungen oder auch gerade was in diese Richtung geht, insgesamt solche Namen eher nicht gebrauchen, dann es darf schon mehr oder weniger nicht sein, was auf irgendwas anspielt oder was Leute vielleicht auch dann so, dann vielleicht auch als Anlass nehmen, darüber zu scheren. Ich bin mal draußen, ich will viel zu Kaffee, ich gebe ihnen Fünfer, weil billiges Rage ab, Gang, ich bin mal da. Ich bin draußen im Park, ich will mit dir sein Ich bin gleich, da gib mir eine Stunde und ich komm zu dir Ich bin mit den Jungs und alle hier Ich bin draußen, ich bin 8, 2, Bruder, Nachtaktisch Ich muss wach sein Ich bin draußen, ich bin 8, 2, Bruder, Nachtaktisch Ich muss wach sein Ich gibt Geld, exotisch, rauch'n Alper, die blauen verkauf' ich Bänder, strah'ch, mich passt auch Der für 6 Stück, ich geb 2 drauf Kanjach, ich bin next ab Tags, ich schrei'n min Essmann Nachtisch, ich pack Packs ab Nachtisch, ich pack Packs ab Ey Jungs, verbunden Ey Jungs, Amerika Gebt mir es exotisch raus, einfach die blauen verkauf ich Mit Peter strasch mit Pels auf, dafür sechs Stück, ich geb zwei drauf Kann und sich mit Nexam, Texte scheinen mit Esmer Nachtschicht, pack Wexam, Nachtschicht, pack Wexam